Yo! Grüezi miteinander mit einem neuen Commentary vor eurem Casebrood. Ja, äh... Länger hat's gedauert bis wieder mal ein Video gekommen ist, ich erklär gleich warum. Hier habe ich auch nur einen kleinen Ausschnitt aus einem Gameplay. Ähm, leider habe ich nicht die ganze Runde aufgenommen, weil die lief eigentlich übelst geil. Äh, es wird dann ein bisschen mit dem Heli rumgeknallt und ja, es lief eigentlich ganz gut. Ähm, also dem gibt es dann noch ein bisschen Special. Seht ihr dann nachher. Ähm... Jedenfalls wollte ich sagen, ich habe in letzter Zeit wieder keine Videos hochgeladen, sondern nur Promotes, weil... Ich in der Schule momentan übelst viele Tests habe und nächste Woche auch noch bis Mittwoch. Von da an habe ich aber theoretisch nichts mehr, was mit Tests angeht. Ähm... Ja, deshalb werde ich wahrscheinlich erst am Mittwoch wieder die LPs hochladen. Allerdings habe ich eine Dualmontage, äh, fertiggestellt mit einem Kumpel von mir, die wird heute noch hochgeladen. Und dann je nachdem noch ein Kommentar irgendwann mal. Das nehme ich wahrscheinlich heute auf. Und lade es dann Montag oder Dienstag oder so hoch. Ähm, ja. So... Gut, äh, jetzt guckt euch das hier mal an. Das fand ich übelst geil. So, ich sehe hier unter dem Spalt dieses Auto. Zuerst kill ich schon mal ein-denken, glaube ich. Ne, jetzt fahrt es sich schon noch. Boah, fliegt das übelst in die Luft. So, und jetzt guckt es euch an, Leute. Ein Goldstuff, ein Heli und... Und... Zack. Ja. Nach drei langen Jahren... Ne, Spaß. Also, ich bin jetzt Level 50 in Backcompany. Ne, live. Exe not found. Ähm, ja. Und... Ich wusste nicht genau, wie es ausschaut. Ob wenn man 50 ist und man da nochmal ein Level schreien kann. Oder... Und da quasi der EP-Balken voll ist. Aber ne, danach geht nichts mehr. Ja, und hier die Stats der ganzen Runde wären 70, 17. Oh my god. Aber, ja. Leider habe ich es nicht aufgenommen. Was will man machen? Äh, ja. Das war's schon. Also, wie gesagt. Heute kommt noch ne Montage. Allerdings... Muss ich da auch nochmal ein Infovideo hochladen. Aus nem Grund. Und... Ansonsten... Heute wahrscheinlich Montag oder Dienstag wieder von mir. Ja. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.